gut hab optifine und bei mir bleibt nichts außer der server ein wenig pflicht musst du im lancer mal die ram erhöhen die ja so äh bei updata, roomings, roomings, nach t-launcher gucken dann hexit und dort mods da rein ja hoffentlich ich will mit dir zockern ich will ein let's play together machen also ab jetzt ist es ein let's play together muss bleiben es muss bleiben naja die creeperlöcher würde ich noch schauen wo er die hinterlassen hat die nehmen wir mal raus so ja toll, er hat alles rausgenommen ich hab natürlich nichts ja kopfer so so jetzt müssen wir warten dann slash team set machen wir noch ein paar mal tag damit nichts passiert genau deswegen wollte ich tag machen irgendwo irgendwo hat er ja ganz viele löcher geboost da na toll ha sieht aber irgendwie noch normal aus gut da gut 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 So, die Kartoffeln pflanzen wir wieder dorthin, gut, so. Ah, kurzen Moment. So, weiter. Ah, noch den Ordner, also er wollte die Ordneradresse nochmal finden. Wissen, damit er es findet. Sonst ist nichts. Du gehst weg, du bist hier zu nah am Feld. So, das sind Schleiminksen, da gibt es viele Schleims. Leider sind sie zu oft und zu wenig ertragsreich. Aber wir können mal nach oben schauen. Ja, für Kolben, für einen Aluminium-Bärenstrauch, die gibt es überall im Untergrund, also bitte. So, Chocopedia. Ja. So, jetzt haben wir genug Eisen, um uns hier mal ein bisschen auszurüsten. So, eine Schaufel gern auch. Zwei Schaufeln und eine Eisenhoxt. Und die Steinhoxt-Steinspitzhacke will auch hier rein. Ähm, die Hake auch. Schüssel rein. Piecher rein. Eisenwaren rein. Weizen rein. Weizen rein. Und mal ein bisschen Brot herstellen. So. Wir gehen mal hier runter. Hm. Funst bei mir irgendwie auch nicht. Mach RAM höher im Namen. Das ist meistens, weil, ja, war zu dumm ist, unser RAM zu gebrauchen. Von PC. Irgendwo sind Optionen. Ja. Ich meinte, ich hätte Optifam drin. Also wahrscheinlich habe ich schon drin. Weil ich habe hier ein Texte-Pack an. Und ohne das gibt es Grafikprobleme. Und hier nicht. Wahrscheinlich ist es schon an. Aber irgendwie kann man nichts einstellen, weil das Optionsmenü verändert wurde. Keine Ahnung. So, wir brauchen mehr Tiritengestein. Wir brauchen nämlich so schnell wie möglich einen Schutzschild gegen die Mithriten. Die kommen in regelmäßigen Abständen Mithriten runter und die zerstören alles. Also wenn man längere Zeit an einem Ort ist, lieber mal ein Mithritenschild hin tun. So. Ähm, wir brauchen noch Fackeln. Okay, kurzen Moment. So, wieder zurück. Ich habe es ihm gezeigt. Sollte es gehen. Jetzt kommt er dann wieder online. Und ja, alles ist gut. Hoffentlich. So, wir müssen weiter runter. So, wir müssen weiter runter. Ah, genau. Dieser Kurz-Ding ist dabei. Damit man nicht eine neue ausrüsten muss. Dann geht sie nämlich immer an diesen Fleck, wo die alte war. Kommt die neue hin, die im Winter ist. Alles gut. Erleichtert schon ein bisschen. Das hält den Abenteuer. Ja. Es ist immer eklig, wenn man kein Schwert mehr hat. Man nimmt es in den Kampf und muss diese Kack-Schwerte raussuchen. So, Ebene 39. Ja, was ist jetzt aus? Okay. Okay. Ha! Minus 666. 33. Damit meine ich von deiner Rahmen. Also, wenn du 8k hast, 6. Bisschen schwer von mir gegriffen. Aber das ist normal bei neuen, die noch nie im Minecraft... Also, natürlich noch keine Mods installiert haben und so. Hat schon länger Zeit im Minecraft gespielt, aber eben nie mit Mods. Und jetzt hat er sich so mega gefreut auf Hexit, was er gesagt hat. Ähm... Kannst du mir ein bisschen erklären, wie Hexit geht und so? Dann habe ich gesagt, ja... Und ich habe gesagt, ich mache gleich mal eine Let's Show davon und jetzt ist es sogar schon eine Let's Play. Okay. Ja, wieso geht der jetzt wieder raus? Steht jetzt doch wieder auf 25%. Ach, ist doch egal. Ja... Es ist nicht schlimm, wenn... äh... Ja, wo alles braucht. So, jetzt soll sie nicht alles brauchen, weil die anderen dann auch noch... Ähm... Ram brauchen. Ah... Was ist denn das für eine... blöde... blöde Untergrund. Überall ist hier... Gravel... und Herde... So... Und kein... Doch, hier ist... Immer im Untergrund gibt es Metrietenstein. Verstehe ich irgendwie nicht, aber es ist... Aber ich finde es extrem schön. Und ähm... Dann gibt es noch Basalt. Wo ist das Basalt? Das ist Basalt mit Frieden, ist wieder weiter oben. Okay. Ich schaue mal bei 12. Was für ein PC hast du denn? Exit braucht für... Ja... Weißt du... Das sind Female Mods und das schlägt auf die Ram und so. Nein. Basalt und Marmor. Und das Basalt kann man sehr schöne Steine herstellen. Ah... Hier ist Meteorite. Meteorite gefunden. So... So... Dankeschön. Ohne das zu hören hat er's gemacht. Ohne das zu hören hat er's gemacht. Ohne das zu hören hat er's gemacht. So geil. So geil. Hier. So... Näht's. ... Führendhoff ein bisschen ab zum abzubauen. Let's hear you read. Hier. Ok, ich nehme mich wieder auf. Mach du weiter. Ähm, ich mache das jetzt da mit. Schutzschild, dass keine runterkommen und alles zerstören. Und Rüssis und so weiter. Hier noch mehr. Komm. Hab keine. So. Acht mit dritten Bruchstücke. Verlierte die Bruchstücke. Punkt. Schöter.